So Leute, der Shop wird sich hier gleich mal wieder aktualisieren, falls ihr das ganze feiert, dass ich jeden Tag für euch den Shop hochlade, könnt ihr gerne ein Like da lassen und auch ein Abo da lassen, falls ihr neu da seid, würde mich sehr sehr freuen, wir haben jetzt noch ganz genau 13 Sekunden, ich denke mal der Shop hier, also diese Sonnenangebote werden verschwinden und wir werden einen weiteren neuen Skin reinbekommen, ich bin gespannt, 2, 1, aktualisier dich Okay, Sonderangebote sind immer noch da, oh wir haben bestimmt was seltenes, voll 80er ist wieder zurück Leute, okay zu dem Shop brauche ich glaube ich nicht viel sagen oder, ist jetzt schon seit knapp 2 Tagen drin oder ich glaube sogar ganz genau 2 Tage, Paket ist immer noch da, was ist denn das hier für ein Skin, ist das ein neuer Skin, ah ne 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 ist kein neuer Skin, der sieht komisch aus, ich weiß nicht warum, aber der sieht irgendwie komisch aus, alter Ego, ach das war von der vorherigen Season ne, Ne ist von dieser Season, hä, ach okay komisch, was ist denn da, hä, Schimmer an, Schimmer aus, wow, naja, naja, ich bin jetzt nicht so besonders, nö, das sieht ja mal nice aus, sieht aus wie ein Hai oder nicht, seid mal ehrlich, das sieht schon ein bisschen aus wie ein Hai, wieso geht eigentlich immer von vorne auf, ich mach doch gar nichts, ach weil er den Stil wechselt, ach hier ist genau das gleiche Spiel, und einmal hier mit Schimmer und einmal Schimmer aus, haben wir denn irgendetwas seltenes, ich gehe mal ganz stark davon aus, so wir haben heute, ja, so etwas halbwegs seltenes, so halbwegs seltenes, dazu kommen wir aber dann gleich, was haben wir noch im Set, weitere Hacken, okay, Ja, nichts besonderes, nö, dann haben wir hier noch mehr Hacken, kein Plan warum der Skin zwei Spitzhacken braucht, ist genau wie mit dem Tomatenskin, ist ein bisschen unnötig, Lackierung, finde ich nice, für 300, leuchtet das sehr cool, Was haben wir hier, ah, hier ist die weibliche, ich dachte schon, okay, jetzt weiß ich auch warum zwei Spitzhacken drin sind, hier auch das gleiche Spiel, alter Ego und einmal Schimmer an und einmal hier Schimmer aus, hier haben wir das Ganze in Standard, ja gut, das sieht ganz, ganz leicht ist das, ganz, ganz leicht sieht man das, das Ganze auch beim Backpack, ach so, okay, ja gut, hat der andere eigentlich auch ein Backpack, interessiert mich aber gerade, ach, das haben wir uns schon angeschaut, das hat dann auch wahrscheinlich hier genau dieselben Stile, genau, nichts wirklich krasses, dann haben wir hier Partyprügler, finde ich sehr cool, hat sogar, glaube ich, vier Stile, ne, drei, Miliz und einmal hier so Schimmer, Miliz Schimmer, finde ich sehr heftig, den Stil, das Ganze hier mit dem Backpack hat auch einen Miliz-Stil, aber kein Schimmer, was haben wir hier, passt ein Hacker dazu, finde ich sehr, sehr teuer, für das, dass hier nicht mehr animiert ist, so, ganz leicht hier oben, aber, ne, dann haben wir hier bissiger Taucher-Skin, keine Ahnung, warum ich mir den Skin geholt habe, frag, frag mich nicht, frag mich nicht, die Flosse ist aber ganz witzig, ich habe das ganze Set sogar auf den Gleiter, aber die Hacker finde ich lustig, den Gleiter finde ich auch mega heftig, ja, aber für 1.5 Leute, da gibt es deutlich bessere Sachen, Bigfoot ist auch hier wieder zurück, auch sehr, sehr lustiger Skin für 1.2, dann haben wir hier, krasser Spalter, das ist heute das seltenste Item, das war zuletzt vor 85 Tagen da gewesen. So hört sich das Ganze an, okay, voll 80, das kann ich euch hier leider nicht abspielen, denn es gibt da so ein paar Copyright-Probleme, deswegen hört ihr das Ganze ohne Sound, aber das Ganze war schon des Öfteren im Shop. Schwere Schritte, ist lustig, ja, Pfadfinderin, Skin aus Season 1 ist wieder zurück, wann ist denn das her, wann die zuletzt da war, hmm, wartet mal, ich schaue mal ganz kurz nach, wenn ich jetzt, 30 Tage, naja, es geht, es geht, komm schon, okay, okay, gut, sonst habe ich irgendwas vergessen, nee, habe ich nicht, dann würde ich sagen, Leute, das war es mit dem kurzen Shop-Video.